Yo Leute, ich bin's wieder, Walter von Broken Thumbs TV und wir spielen wieder Damp mit dabei, natürlich Zander! Crevasia! G-Ton! Color! Und Riole! Hey! Und ähm... Ja, wir werden wieder versuchen, nicht zu failen. Wir werden versuchen, hier irgendetwas zu tun, zumindest... Hauptsache, ich find direkt schon drei Batterien. Ich hab direkt einen richtig geilen Metallschlüssel gefunden. Oh, einen richtig geilen. Ja man, der ist geil. Riole, guck mal, hier ist auch was Interessantes. Wo bist du denn? Achso, du bist das. Guck mal, hier ist was Interessantes. Oh, geil. Nice, oder? Ja, das ist auf jeden Fall. Gefällt mir. Hier noch irgendwas? Nicht ein Like für. Ohne Witz, guckt euch genau um. Lass uns diesen Raum genau abchecken. Wir dürfen hier nicht noch mal rein müssen. Nee, ist echt so. Nur für die Tür. Alter, ich hör direkt schon was. Okay, alles klar, weiter. Hier ist auch nix wo. Alles cool, ja. Der ist, der ist safe. Hä? Was ist das für ne Musik, die ich die ganze Zeit hör? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, ist hier passiert. Was ist los? What the fuck? Hier fliegt was, hier fliegt was. Ich komm nicht aus der Tür raus. Oh Gott. Tür, öffne dich. Warte mal hier. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich hör hier irgendwie nen Knapp oder so. Ich hör so nen Zoom. Es verfolgt mich. Ach du Scheiße. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Mann, das ist einfach halbtransparent. Alter. Warte mal, hier ist ne Uhr. Lass ab von mir. Was ist denn das bei dir, Riol? Das, wie ist das? Er verfolgt mich die ganze Zeit. Der ist so schnell. Ja man, sammle die alle an. Ich komm hier nicht raus. Hier ist ne Batterie. Hopp schon, nimm die eine. Lass mich doch in Ruhe bitte. Wir haben richtig viel Spaß ohne Riol, ohne dich. Ja man, ist doch so. Ohne Riol ist alles besser hier. Wir haben keinen Stress, gar nichts. Ich bin hier einfach eingesperrt. Hier, warte mal. Okay. Ich komm hier nicht raus. Hier, hier. Oh nein, stopp schon wieder da. Oh Mann. Nice. Riol kriegt sich auf den Sack und wir beide gönnen uns hier richtig. Hast du die Batterie genommen? Kann ich nur diese Tür aufschließen? Ja. Ich krieg nicht eine Tür aufgeschlossen. Ich hab Hilfe. Ach, ich glaub ich hab grad fünf Türen oder so aufgeschlossen. Ops. Okay gang. Warte, wollen wir erst hier? Ja, erst hier rein. Ach Mann. Ach Mann. Geh doch mal die anderen ärgern nebenweg. Oh Leute, Serio. Komm gar nicht klar. Okay, wir haben die Kombination nicht. Malz und ich, wir haben gleich gewonnen. Vielleicht wirklich. Ist es denn ernst? Was war das? Was war das? Die Rolle. Nein, wenn der hier ist, dann... Nein! Nein! Hau ab! Ah! 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 Das kann durch Türen gehen. Okay, alles klar? Nein! Nein! Da ist es! Es ist da! Komm weg hier, weg hier, weg hier! Weg, weg, weg! Krass. Okay, krass. Das ist scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Das ist so schnell das Tier. Tier? Es ist schon wieder... Als ob... Ah ja, hat Schimmermann an der Basis jetzt geht. Oh Gott, mein Handy hat vibriert. Gott! Alter! Dreifalt! Er stirbt richtig. Warum geht es jetzt schon wieder die Musik an? Es ist hier irgendwo. Komm mit raus, komm mit raus. Ah! Ich habe nicht gesehen! Wir sind denn hier wahr! Es heißt, ich bin durchgeflogen! Es hat sich... Ich habe mir fast gegen den Kopf gehauen, Alter. Wieso kann ich denn das nicht aufmachen? Warte, ich versuch... Ich hab... Es ist auf! Okay, nice. Wo seid ihr? Alter! Ich höre hier so Mädchen... Wo seid ihr? ...Geräusche machen. Kannst du das aufmachen? Nee. Da ist er wieder! Da... Nee, 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 Freundchen. Nimm Riol! Wo seid ihr? Ich sehe ihn nicht mehr, ich sehe ihn nicht mehr. Oh, da ist er. Er ist durch die Tür geflogen. Nee, nicht dein Ernst, er ist nicht durch die Tür geflogen. Durch die andere. Die, die nicht bei uns war. Ah! Ich hasse diesen Ficker. Was erlaubt er sich hier ohne Beine rumzufliegen? Wo seid ihr? Ich glaube, da ist gerade eine Möwe gestorben. Hier, hier. Hier, hier. Sie atmen sehr schwer. Hier, hier, hier. Hallo. Hallo Herr Bibi. Da ist nichts, Alter, da kommen wir her. Da kommen wir her. Okay, wir haben... Ich habe vier Schlüssel. Ich habe vier, wie viel habt ihr? Lass uns alle Türen auschecken. Ich habe zwei. Zwei. Oh, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es! Nein! Oh! Ich bleibe durchgelaufen, mein krasser Schiffel! Komm, warte, warte. Es hat keine... Ich kann nicht zumachen. Komm, 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 komm. Du musst das sehen, die Musik! Ah! Oh shit! Ah! 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 Meine Fresse, Junge, Spasti! Oder wer war das? Irgendjemand stand direkt hinter mir, Mann! Oh joh. Das Radio! Halt's mal! Nein! Nein! Jetzt habe ich gesagt, dass wir hier sind. Es gibt bestimmt nur ein Radio. Was ist das? Die Tür hat gequietscht. Das war kein Quietschen, oder? Hier, Jums! Boah, ein Locker... Irgendwie sowas wie... Einen Schlüssel, der dafür bestimmt ist. Oder das hier. Jawoll! Ja! Abchecken alles. Hör auf! Ich hab wieder zugemacht. Gott, jetzt hör doch auf! Ich hab wieder zugemacht. Alles abchecken, ne? Auch hier, auch hier die Dinger. Die könnt ihr auch machen. Da war nix drin. Ach, hier unten. Kann man auch aufmachen. Ja. Ja, ja. Ich hab nen Schlüssel gefunden. Nice. Wieso geht das nicht? Oh. Es kommt, es kommt, es kommt. Hier ist ne Tür, hier ist ne Tür. Oh Gott! Fuck, auf! Es hat... Nein, das ist direkt hinter uns! Das ist direkt hinter uns! Alter! Nimm meine Schlüssel mit! Komm nicht durch die Tür weiter. Ich hab... Ich hab sie zugemacht! Ich hab sie zugemacht! Warum machst du... Ich hab sie doch nur zu... Wir können sie nicht mehr aufmachen! Es ist weg, es ist weg, es ist weg! Hey, wir können die echt nicht mehr aufmachen! Ah! 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 Boah, ich hab keine Lust mehr, Alter! Ich geh nicht mehr auf! Alles Klärchen! Ich find's geil, wenn du weggehen würdest, okay? Hier unten! Guck mal hier unten rein! Da ist noch was drin! Da ist ne Batterie! Gönne Idee! Aber wir müssen trotzdem... Hier ist noch ne Batterie! Hier ist noch ne Batterie! Ja genau! Hä? Da ist er! Es geht ab! Was geht ab! Hör auf zu lachen! Ich krieg sie nicht auf, Mann! Der hat sie zugemacht! Die ist kaputt! Die ist kaputt, die Tür! Die buggt rum! Die ist kaputt! Guck, die buggt wirklich! Ja, aber da kommt sie nur in den gleichen Raum! Guck mal, dahinter ist die... Eine Tür! Ich schwör! Verpiss dich! Bitte, bitte, nein! Ich hab ein schönes Leben bis jetzt gehabt, ja? Und ich würde auch gerne noch länger leben! Wo ist diese kleine Schlampe? Ich hab' geschissen jetzt, Alter! Ohne Witz! Was... Was sollen wir denn machen? Wir können gar nichts mehr machen, Alter! Wir stehen einfach in diesem Raum jetzt hier drin, haben Pech! Wir sind richtig gefangen! Ich geh da raus! Wir können nicht! Wir können nicht! Die hat die Tür zugemacht oder so! Aber es gibt nur noch eine andere! Ich hab' schon gar keine Angst mehr vor der Musik, Junge! Ich hab' noch Angst vor dem Typen, weil ich weiß, dass er die ganze Zeit bei mir... Es gibt nur eine Tür! Die hier ist... Die ist im Arsch! Der ist hier! Der ist die ganze Zeit hier in dem Raum! Hier ist der! Lass den töten, Alter! Lass mich raus, bitte! Der steht hinter... Was für eine andere Tür! Es gibt keine andere Tür! Reol hat wieder Scheiße gelabert! Ich schwör' dir, ne? Wo muss ich denn hier lang? Wir sind gefickt! Ah! 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 Oh du Scheiße, Mann! Boah! Ich hab' gedacht, du hast keine Angst mehr vor dem! Boah, Junge, wenn du aber direkt neben dir stehst du, Spasti! Täte mich doch jetzt einfach! Mann! Ah, du hast so'n Hammer? Nein! Ah! Mann! Ohne Witz, kill mich einfach! Kill mich einfach! Wir kommen hier nicht mehr raus! Wir kommen hier nicht mehr raus! Wir kommen wirklich nicht mehr raus! Wir haben alles abgesucht hier, ne? Ohne Witz, ich glaub' jetzt einfach hier stehen! Alter, das stellst du die ganze Zeit neben mich! Hier steht das schon wieder! Oh Gott! Ich komm hier nicht raus! Ich komm hier nicht raus! Ja, das war's! Boah, Alter! Endlich, ey! Mein Interesse! Du kannst dich irgendwann nicht mehr erschrecken, wenn das Ding einfach nur noch neben mir steht die ganze Zeit, ey! Oh mein Gott, Jungs! Krass! Gut! Die Runde war aber cool! Ah! Alter! Ich bin richtig am Schwitzen, ey! Ich hab' richtig grad... Ich bin voll geschwadet, Alter! Ohne Witz! Ja! Wir haben ja auch grad nur 38 Grad... Okay, gut! Wir sind am Ende der Folge angekommen! Wenn's euch Spaß gemacht hat, lasst einfach ne positive Wertschung da! Ansonsten, äh, könnt ihr natürlich unten bei dir, äh, in der Videobeschreibung alles finden! Die ganzen Links zu den anderen Videokanälen, äh, äh, die Links natürlich zum Spiel und so weiter und so fort! Ich hab' ihr noch巳ichert und sonst würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hauptsache da rein! Tschau! Tsch espec!